Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal Leute und heute sagen wir mal Jump World auf Timodia und das ist eine ganz besondere Folge. Ich spiele jetzt irgendwie nicht neue Maps oder so. Ich spiele meine alten Maps. Die uralten Maps Leute. Ja, auf jeden Fall die Map habe ich vor 2016 gebaut. Das ist schon ein bisschen länger her. Darum sieht man das auch. Man darf da hinten reinlaufen können. Ein bisschen unnötig. Gucken wir mal, dass wir noch alles wissen. Wer spielt Nero? Concraft oder Crancrafter? Ok, richtig. Perfekt. Raticus. Gomme oder wenig Kraft? Das Ding heißt der Gomme. Also keine Ahnung. Wenig Kraft. Ach, richtig. Ja gut. Ich glaube, hier war auch irgendwo das Ende. Ja. Ok Leute. Auf jeden Fall. Dann sehen wir uns im nächsten. So Leute, jetzt sind wir in der zweiten Runde angekommen und hier sind schon wieder Schilder. Das interessiert mich mal ganz sehr. Das ist eine Dr. Banks Map. Hallo Banks. Riesenfan. Farm. Farm. Ja gut. Äh, Map von Mad Maxx 15-16 Mal. Alter Name läuft noch, Leute. Von dem YouTube-Kanal Nocturn. Ok. Da hatte ich auch schon den YouTube-Kanal, Leute. Ähm, wie viele Video- Videos hat Dr. Banks YouTube-Kanal? Ah ja. 353. Ich glaube, die hat das. Äh, richtig. Ähm, ja, alles in diesem Weiß-Rot-Tone gehalten. Das war ja von Dr. Banks, die Lieblingsfarbe. Ich war früher ÜBZ-Fan. Oh mein Gott, Leute. So. Ah, ha. Ach, da waren die Blöcke der Aktivität. War was, Leute? In der Tat. Ja, das haben wir es schon. Hier. Ähm, ja, Leute. Ich sag dazu nur eins. Ich war da noch nicht so ganz erfahren und sowas, weil ich finde, dass da viel unterspringt. Wie ist das? Das ist ein Dropper. Ich will mir einfach mal zu meistern. Easy. Und Checkpoint. Und nächste. Ach nee. Das weiß ich noch. Da muss man jetzt übelst lang laufen, weil ich den Speed nicht aktiviert habe. Let's go. So, Leute. Da vorne ist der erste Checkpoint. Und da ist ein Lucky Block. Ja, moin. Und warum ist denn da Ambosser drauf, dem Lucky Block? Keine Ahnung, Leute. Schreibt mal rein. Wie findet ihr die Maps? Ja, auch voll unnötig. Dieser Jump. Ah. Unlucky. Aha. Okay. Danke fürs Spielen. Also da oben. Ja gut. Ja. 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 Jump-Rump-Profi. Ja. Das ist einfach. Nö. So, Leute. So, Leute. So, Leute. Jetzt geht's zur dritten Map. So, Leute. Nächste Runde angekommen. Das ist auch die letzte schon. Ich hab mehrere Maps gebaut. Könnt ihr auch gerne selber spielen. Aber, ähm, damit wird jetzt drei Tag dann auch nochmal eine Folge rauskommen. Über das hier nochmal. Und, ja. Ähm, nochmal ein Schilder. Dr. Banks wieder, Leute. Also sieht man, dass ich echt ein Dr. Banks-Fan war. Ähm, von Mad Max 1516 an Doktor, äh, an Banks. Aha. Viel Glück. Ja gut. Dann machen wir einfach mal das Jump'n'Run jetzt. Ja gut. Leute, es machen immer noch hier Leute das Jump'n'Run. Freut mich immer noch. Wisst ihr Bescheid? So, hier. Hier oben ist der Checkpoint. Da sieht man auch meine Bildkünste, Leute. Ja gut. Ja gut. Mein Kopf ist ein bisschen lang. Ja, auf jeden Fall. Eigentlich war das eigentlich auch nicht so ein krasses Jump'n'Run hier, was ich hier gebaut hab. Ja gut. Aber ich verkackt trotzdem. So. Und. Äh, die Tür geht gar nicht auf. Ja gut. Ich hätte einfach von da hinten ein bisschen vorlaufen können. Ziel. Stabil. Stabil. Leute, auf jeden Fall würde ich sagen, Leute, auf jeden Fall das, was mit diesen drei Jump'n'Runs. Am Freitag kommt nochmal ein Video über die nächsten drei Jump'n'Runs. Da würde ich sagen, haut rein, lasst ein Abo, teilt das Video und ciao. Da würde ich sagen, haut rein, lasst ein Abo, teilt das Video und rein, lasst ein Abo. Da würde ich sagen, haut rein, lasst eine Abo. Ich weiß nicht, was will ich eine Abo, teilt das Video gemacht. Hey. Wasser. Da. Da. Bis zum nächsten Mal.